Die neue, mittlere Mercedes-Klasse 200D bis 300i. Der Fortschritt, der den Abstand deutlich macht. Vergaser und Einspritzmotor. Eine neue, mittlere Mercedes-Klasse. Ein neues Motorenprogramm. Eine neue Fahrqualität. Fortschritte, die vielfach höhere Nutzen bedeuten. Fortschritt, der den Abstand deutlich macht. Der neue Mercedes-Benz 200. Mit seinem kutivierten und leistungsfähigen Motor. Mit präzise arbeitendem Flachstromvergaser. Mit deutlich höheren Fahrleistungen. Aber, mit deutlich reduziertem Kraftstoffverbrauch. Der neue Mercedes-Benz 230e. Der neue Mercedes-Benz 230e. Mit kraftvoller Leistung, nicht nur unten und oben, sondern über einen weiten Drehzahlbereich. Mit der zuverlässigen, mechanisch-elektronisch gesteuerten Einspritzanlage. Für weit überdurchschnittliche Fahrleistungen. Und weit unterdurchschnittlichen Verbrauch. Mit neuer Motorenkonzeption, die neuen Sechszylinder. Mercedes-Benz 260e. Zukunftssichere Triebwerke mit herausragenden Eigenschaften. Mit modernster elektronischer Steuerung. Mit neuen Dimensionen, in der Leistung. Und im Verbrauch. Und an der Spitze, der Spitzentyp seiner Klasse. Der Mercedes-Benz 300e. Das neue Leitbild für den Automobilbau von heute und morgen. Nicht zuletzt durch eine bisher unerreichte Kombination von sportlichem Leistungsangebot. Bei sparsamstem Verbrauch. Das Ergebnis für alle. Ein großer Fortschritt in der Leistung. Bei markant verbesserter Laufkultur. Ein großer Fortschritt bei der weiteren Absenkung des Kraftstoffverbrauchs. Alle Mercedes-Benz Personenwagen mit Otto-Motoren werden im Laufe des Jahres 1985 auch als multifunktionale Katalysatorfahrzeuge der zweiten Generation angeboten. Und hier der technische Innovationsschub am Beispiel des neuen 300e. Querstrom-Zylinderkopf für guten Füllungsgrad. Wartungsfreier, langlebiger Einriementrieb für alle Zusatzaggregate. Mechanisch-Elektronisch gesteuerte Einspritzanlage der dritten Generation mit intelligenter Feinsteuerung der Einspritzung bei allen Fahrzuständen. Und mit einer Vielzahl technischer Innovationen. Für die Optimierung der Verbrennung. Für Leistungssteigerung und Verbrauchseinsparung. Für Funktionszuverlässigkeit und Wartungsvereinfachung. Für Geräusch- und Vibrationsarmen Motorlauf. Und nicht zuletzt für ein neues, mit Sicherheit bisherige Grenzen sprengendes Fahrvergnügen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 WARMICK Wartungsverlässigkeit